so lange das spiel jetzt nicht so wird so leggy das farmland oder willst du keinen machen und jetzt wo du es gesagt hast endet es im gulag ob jemand reinkommt ich glaube aber nicht dann machen wir mal die häuser lehrer ok ja vielleicht kommen ja gleich welche hier rein ich habe auch eine gasgranate die gewinnt uns das match ja abwarten das ist auch eigentlich sinnvoll wenn nicht jeder so ein herzschlag sensor hat und einer immer callt aber dann muss der eben auch zuverlässig callen doch verständlich deswegen gebe ich habe ich dir oder habe ich immer den herrscherksensor abgegeben weil ich habe mich immer wieder da ich den sehr selten benutze wenn wir dann jetzt mal ja da wollte ich gerade fragen können wir dann jetzt mal anfangen die läuft an der drinnen glaube ich ja warte vielleicht ist dein kollege noch oben da unten ist auf jeden fall noch leer mit selbstresolven der totenstille ich gehe mal mit totenstille gucken der totenstille an hier oben ist keiner na dann ich habe gesehen ich habe gesehen ja genau da an dem häuschen naja ich gehe mal willst du ihn pushen ja natürlich weg ich sehe noch nicht wohin jetzt fährt ein Leser ja nächstes Haus hier hinten ja jetzt fährt ein Leser warte da ich gehe rein ja ok ich bin nicht im System sein Kumpel weg ein Problem weniger fehlen noch 133 ausdrücken das ist eine besondere Kiste jetzt setzt du dir Belebung mhm hier ist ein Kilo die habe ich schon wir sind zwei legendäre Kisten gehabt aber kein Geld da drin aber dafür Selbstwiederbelebung die sind ja 4000 wert also bisschen brauchen wir noch so mehr links in den Häusern gucken dann könnten wir eventuell gleich aber ich gucke mal gerade ich habe hier glaube ich nochmal drauf warte mal gerade bevor du losläufst ne ich wollte nicht loslaufen ich wollte kurz mal hey hoch eigentlich ok dann gehen wir gerade hoch ich gucke nochmal gerade in das Neueste hier das ist manchmal auch etwas na diesmal nicht gucke nochmal gerade ah weißt du wo geschossen worden ist gerade da sind Buggy ja da hinten kommen die Tatsache wollen bestimmt kaufen die heulen aber ab K.O. K.O. ja aber nicht eliminiert pass wahrscheinlich ist gut aber nur einer keine Ahnung wo der andere Typ ist ne aber er holt jetzt seine Platten oder er hat eine Plattenkiste nice dann zieh dir aber erstmal die Platten an die er liegen gelassen hat äh eine leider nur und wir haben genug Geld ne haben nicht doch wir haben genug Geld lass schnell kaufen okay Plattenkiste kannst du auch gleich hinschmeißen wenn du magst ja ja lass grad lass grad mal erst hier reingehen und oben die Platten anlegen äh Gula kaufen oder hier im freien Feld alles scheiße so wir gehen mal kaufen Oben fehlt es natürlich auch nicht so geil ansonsten wir fahren schnell auf dem Fahrzeug dahin wir können natürlich auch den hier machen und da kaufen den Port ja also man kann auf dem Fahrzeug dahinten an der äh auf dem Feld aussteigen ja wie du magst aber dann fährt der genau fährt der am besten der kein Geld hat der andere springt schnell raus und grünchen und da schüsse also links die die ist die freie wo wir sehr leichtes Ziel wären aber die Krone da ey die könnte ich eigentlich auch vom Himmel holen mit der Pila und weg von mir aus wieder zu blau ja warte mal lass mich mal kurz aussteigen fahrzeug deaktiviert aber der ist rausgehüpft ja 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 hier waren wir doch eben die willst du da drinnen aufmachen ne ne ich hab die ich wollte die hier auf das Dach haben aber die ist abgeprallt ich hab die Türen zugemacht hast du Geist geholt? ja ich hol mir immer Geist so jetzt ist aber das Problem dass wir kaum Munition haben ne ja hast du Sturmgewehr? ja ja dankeschön hast du Raketen? nö aber da und den Rest mal grad mit gehen wir da noch hin? ja hin zwei runter warte kurz warte kurz das Gas verbreitet sich schnell in die neue Sicherheitszone da kommen sie die sind an der Kiste hinter der Kiste drück hervor einer K.O. lass ihn ja wie gesagt K.O. sind wir ausgelöscht cool sind die an der Seite Munitionskiste die waren gut ausgerüstet ja schade 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 tut mir leid schon mehr mit den Kilo nicht ein Scharfschützengewehr mal gucken ah ne Quatsch oder? ach komm ich lass die mal liegen warte mal grad hast du ähm jetzt werde ich noch ein bisschen Sturmgewehr Munition zurücknehmen ähm ja guck mal ob da noch was liegt ich hab vielleicht nicht alles aufgesammelt der andere Typ Achtung Snipe ach äh Heli feindlicher Heli ah das schuld grad die Joker nochmal wo war der Heli? Ist der ausgestiegen? äh ja nö eigentlich nicht hier oben sind Schüsse drei Leute hier oben hier entlang ah hinten zu dem Fahrzeug warte über das Fahrzeug ne ne kannst du mir grad nochmal so das Fahrzeug kommt doch da da das ist nochmal die Joker da vorne kommt aber auch ich kanns nicht erfassen ja ist jetzt hinter nem hinterm Zaun aber da drin wurde auf jeden Fall geschossen so ähm wie viel Sturm gewählst du? 30 60 da hab ich 100 ja jetzt kommt da wieder der Heli ach komm den hole ich mir aber jetzt viel Erfolg jetzt da drin soll man da mal gucken gehen? ja woran? genau also bei Orange und äh hier ok warte mal ist grad irgendwer gestorben wir sehen wo nö wir wollen bestimmt zur Ausrüstung ich bin grad hier drin mal gucken mal gucken ob ich mal die sehen kann hier auf dem Headruck Sensor ach scheiße warte mal wie weit ist das weg? ah ein bisschen näher muss ich schon noch die sehen auf dem Headruck Sensor ok ich seh keinen rechts im Großen auch nicht da wurde nämlich eben einiges geschossen richtig wild so wo geh mal rein boah hast du mich jetzt erschreckt ich wusste nicht dass du hier drin bist ich dachte hier hockt einer da ok wie gesagt da waren eben Schüsse das war auch das Fahrzeug ist sicher hier liegt nur einer das Gas verbreitet sich schnell in die neue Sicht die ich vielleicht mal hier rein das ist mit die gär Hast du mal eine Mine aufgehoben? Nö. Kann ich gar nicht. Kannst nur du selbst. Ich hab doch hier in die Ecke geschmissen. Was hältst du von Orange? Ich hätte doch zwei Munen. Wo ist denn die eine hin? Weiß ich nicht. Toll, guck mal hier. Da liegt die. Ich kann die nicht aufheben. Zurück, zurück, zurück. Du willst dich von einem Typen mit einer Pistole erledigen? Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den nicht auf dem Fall schon gehört. Ich hab ihn aus dem Fenster ausgeguckt. Und der ist aber hinten auf dem Dach gelandet. Hier sind noch Platten für dich. Wie flachst du jetzt? Da ging gerade ein Schuss hin. Wenn du mir noch eine gibst, dann haben wir beide sieben. Ich habe nur fünf. Hä? Eben war doch da noch eine Panzertasche. Ah ja, ist egal. Okay. Markiert die mal da drin. Okay, schade. Ich habe einen gesehen. Shield Break. Ich glaube um die Ecke. Kommt links? Und er kommt rechts. Da hinten läuft noch einer von denen. Da ist auch einer drin. Ich bin gerade wieder zurück. Lass mal wieder ins Haus gehen. Ja, Moment mal. Der eine Typ, der ist noch nicht eliminiert. Hinter dem Haus lief noch einer. Hinter dem Haus, wo ich gerade gepinkt habe, da ist auch einer hergelaufen. Lass mal wieder gerade ins Haus zurück gehen. Wir stehen hier ein bisschen Open Field. Das ist aber jetzt schade, dass der Typ, weißt du, der habe ich ja auch noch angehittet und so. Und der wird trotzdem nicht eliminiert. Fies. Na ja. Vielleicht kommen die ja nochmal hier hoch. Aber ich wollte jetzt ungern so lange Open Field stehen. Weil sonst kommen die Sniper. Aber auf jeden Fall haben sie ein bisschen Schaden bekommen. Ja. Aber trotzdem ist das irgendwie kacke. Der eine hat sich gerade noch so, der hat ein oder zwei Schüsse noch gebraucht. Den hatte ich im Haus schön Schiebwerk gegeben. Kilo schmeckt schon. Die schmeckt. Aber ich ärgere ist, dass der Typ, der überlebt hat, den wir K.O. gemacht haben. Hast du noch eine MP? Nö. Hast du MP Muni noch dabei? Ja. Da liegt auch noch. Oh, da ist ein Fahrzeug. Leider habe ich keine Joker dabei. Was geschossen? Ja. Hast du die genug? Hä? Ne. Da lag auch noch Munition. So, gehen wir mal weiter. Wir sind außerhalb der Sicherheitszone. Okay. Ich würde gerne meine Dinge aufheben. Meine Mühe. Aber. Ja, lass die kommen. Ist egal. Vielleicht funktioniert die ja. Bei einem Gegner. Vielleicht macht die ja dann. Komm, wir gehen direkt runter zum Port, oder? Sollen wir die Karre nehmen? Ah, guck mal. Guck mal. Die wurde gerade geklaut. Die Karre. Wie frech. Holen wir uns noch, oder? Das sind die Typen von eben. Ich erkenne die Schlampe, die da K.O. gemacht worden ist. Ja, aber die verpissen sich jetzt. Sonst wohin. Die sind ausgestiegen, oder? Die da waren Gegner. Komm. Die sind ausgestiegen. Die kaufen gerade was. Ja, dann lass uns das weiterziehen. Man kann das Auto sehen. Also, wenn du die Joker hast. Ich habe keine Joker dabei. Ich habe... Ich sehe da einen. Ich stege im Gewicht. Hinter dem Stein. Oh Mann, wenn ich doch mal... Gut, snipen könnte. Ach. Ja, wieder nichts zu mir in den Feld. Das hier runter, komm. Mann! Woher, ihr Fotzen? Wir gehen jetzt in das Haus. Carsten. Lass mich auch mal snipen. Ach Mann, du Langweiler. Ich hasse es mit dem Snipen. Komm, lass mich schon mal meine... ...meine Schrotfinte holen. Gerade in der Ausrüstung. Okay, die ist jetzt gleich im Gas. Lohnt sich nicht mehr. Och Mann, ey. Wenn ich doch... Ich kann einfach nichts. Vor allem mit so einer Fremden, die ich nicht selbst gebastelt habe. Ekelhaft. Du schießt so schön so... Piu, piu, piu. Ich kann nicht. Hier rechts kommen jetzt vielleicht Leute rein. Guck mal. Die Typen da. Müssen wir jetzt mal acht geben. So. Ja, da beim Auftrag. Da aus dem Haus. Wenn gleich Leute kommen. Guck, die schießen ja. Ich steck mal gerade hier an den Eingang. K.O. einer. Der ist jetzt im Gas. Der ist ja. Der andere kommt jetzt außen rum. Ne, der fährt. Der ist immer noch im Gas. Wie blöd. Eliminiert. Der ist jetzt ohne über uns. Ne. Aber der... Das Gas hatten wahrscheinlich. Ah ja. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Gehen wir da rein? Da wären wir noch so halbwegs drin. Ja. Ach, wir wurden gejagt. Guck mal. Da hinten laufen wir. Das war gerade da hin, bitte. Ich brauch den, den Loot. Ich brauch die Munition. Ich brauch Sturmgewehr. Ja. Ja, ich auch. Nur Achtung, hier, was noch hier auf dem Berg so ist. Wir können auch von mir aus gerade mal hier hocken. Ja, vier. Da können wir von hinten. Schön im Busch. Kannst du mir mal K-Punition geben? Für was? Sturmgewehr? Ich hab da auch nicht viel aufgenommen. Hier. Bitteschön. Mehr kann ich ohnehin geben. Wie viel hast du jetzt? 78. Ja, dann gib... Ja. Dann ist gut. Oder wie viel hast du denn? Von rechts 44. Also einer von uns. Da hinten sind auf jeden Fall Gegner. Hier im Port. Ja. Wahrscheinlich auch oben. Über uns auf dem Berg. Da war gerade ein Gegner. Boah, ist die Scheiße gebastelt. Die mag ich nicht. Okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt erstmal hier die wartende Schlange? Ja. Die Taktik. Schaut ja nix. Ja, vom Patrick ist das eigentlich... Können wir da reingehen? Was? Kann man da wo reingehen? Nee, in den Busch. Hier links oben sind noch Schüsse. Nee, wir müssen am Berg bleiben. Hier sind noch zwei... zwei Kisten. Dass die Typen, die oben sind, uns nicht so leicht spotten können. Ich habe natürlich ein bisschen Respekt hier vor der rechten Seite. Guck mal, sieht man mich? Schlecht. Ich hätte noch einen Prezi. Also linke Seite, der Berg, der gefällt mir nicht. Und rechts. Ich würde es auch mal aufpassen. Dass es da noch offen ist. Komm, wir müssen näher. Hier mal gerade zu den Kisten. So ein bisschen. Oder hier ins Gebüsch. Hier vorne. Obwohl, von rechts wird ja eh keiner mehr kommen. Ich bleib hier. Habe ich eine Kiste. Ah, vor mir ist einer. Vor mir wurde eine Bewegung. Oder? Oder war das... War das nur so ein komischer Schmetterling? Hm? Auf jeden Fall Bewegung. Ich bin hier im Gebüsch. 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 Boah. Oh, ihr Huren-Söhne. Hast du? Gasmasken, Gasmasken, Gasmasken. Warum habt ihr keine Gasmasken? Schlamm, ey. Aber wenigstens rechts, glaube ich, einer. Ja, ja. Schick'n Pappen-Prizi. Rechts. So, bestimmt zu seiner Kiste. Eins gegen eins. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Er wird hier oben sein. Tut das gut. Tut das gut, ey. Oh, mein Herz, Alter. Da weiß ich wenigstens, dass ich noch ein Herz habe. Versteht. Ja, damit habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht gerechnet heute Abend noch. Ja, ich habe recht. Ich habe das erste Mal eben geschrieben, das wird kein Sieg. Richtig. Alle Spiele, die wir heute spielen, werden keine Siege.